Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video da möchte ich sprechen über meine fünf Highlight-Videos aus dem Jahr 2022. Das ganze Video jetzt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplom-Biologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten, zum letzten Video im 2022, am heutigen 31. Dezember 2022, also Silvesternacht. Und auch 2023 sind natürlich Videos geplant. Das ist ja ganz klar. Aber heute möchte ich sprechen über meine Highlight-Videos aus 2022. Und da hole ich mal die Liste, welche Videos es überhaupt gab. Ja, so, dann wollen wir mal schauen, welche Videos gab es überhaupt in 2022. Es war wieder wirklich jede Woche ein Video. Ich habe das auch dieses Jahr wirklich wieder geschafft, obwohl ich etwa an der Hälfte des Jahres sagte, ich reduziere ein bisschen, ich mache keine News-Videos mehr und ich mache keine Wissenschaft-Videos mehr, dass ich wissenschaftliche Themen bespreche, sondern ich beschränke mich darauf, da, wo ich hinreise, Elefantenhaltung vorzustellen oder eben über meine Arbeit mit Elefanten zu berichten. Also es war dabei, es gab Videos wie Umgestaltung der Elefantenanlage im Krefelder Zoo. Damit ging es los in 2022. Neues Elefantengehege im Teheraner Zoo im Iran. Meine Lieblingsbücher über Elefanten. Meine Erinnerung an das Elefanten-Waisenhaus von Daphne Cheldrick, genau zehn Jahre nach meinem letzten Besuch. Über das Klonen von Mammuts, die Möglichkeiten dazu. Über eine Elefanten-Attacke auf einem Safari-Jeep. Über Zwillinge bei Elefanten, das war noch eines der Wissenschaftsthemen. Die Anatomie von Elefanten, auch ein Wissenschaftsthema. Über Zoos in der Ukraine, das war eines meiner Videos mit den meisten Klicks aus leider sehr aktuellen Gründen. Über die Ernährung von Elefanten, auch das Kategorie Wissenschaftsvideos. Über ein Reaction-Video von mir, wie ein Elefant in den Graben fällt und einen Stromschlag kriegt. Das war glaube ich im Zoo Santiago de Chile. Dann über die Elefantenhaltung im Zoo Hannover. Was wurde aus Baby, der einzigen im Europäischen Zirkus gezeugten und geborenen Elefantenkuh in einem Europäischen Zirkus, wie gesagt. Dann über die Elefantenhaltung im Zoo Osnabrück aktuell. Über die Historie der Elefantenhaltung im Zoo Osnabrück der afrikanischen Elefanten. Über den Safari-Park Toulouse, die Elefantenhaltung, den ich mit Detlef Nibler besuchte. Der Elefantenflüsterer Zoo Tiflis gerannt in Mast. Da gab es drei Folgen. Der Elefantenflüsterer Zoo Yerevan gab es eine weitere Folge. Der Elefantenflüsterer Teheraner Zoo im Iran mit Integration Mahassen integriert mit Mihiri und Maisa. Da gab es fünf Folgen zu. Ein Integrationsvideo über Integration von Elefanten generell. Ein Video über Zita und Jetu aus den 1990er Jahren im Krefeller Zoo. Ein Video über den Zoo Belfast, wo Jetu aktuell lebt. Ein Video über Jenny und Seida im Zoo Karlsruhe. Ein Video über den Zoo Dublin. Neues Enrichment im Krefeller Zoo. Da ging es um das Heunetz unter anderem und Spielzeug für die Elefanten. Zoo Berlin, die Elefantenhaltung wurde vorgestellt. Ein neuer Pool für die Elefanten im Teheraner Zoo im Iran, im neuen Erweiterungsgelege. Historisch ging es weiter mit Stuart Craven, dem ersten Master of the Elephants. Dann das neue Elefantengehege im Zoo Taschkent in Usbekistan, das in Bau ist. Dann Elefantenangriff in Italien und der Elefant kam nach Deutschland. Auch eines der Videos mit den meisten Klicks aus dem letzten Jahr. Historie. Ebrahim Thompson, der erste farbige Elefantentrainer der westlichen Welt, der ein erfolgreicher, berühmter Elefantentrainer wurde. Meine Erinnerung an The Elephant Sanctuary in Tennessee. Das war genau 2007, also 15 Jahre nach meinem Besuch dort. Dann historisch George Slim Lewis, der den Elefantenbullen Tusko betreut hat und den Elefantenbullen Ziggy betreut hat. Dann meine Erinnerung an den Zirkus Ringling, Brothers Barnum & Bailey, The Greatest Show on Earth, genau 10 Jahre nach meinem Besuch dort. Historisch ging es weiter mit Gunther Gable Williams, einem berühmten Zirkustrainer. Und historisch meine Erinnerung an den American Zirkus von Flavio Togni, genau 25 Jahre nach meinem Besuch in diesem Zirkus. Elefantenflüsterer Zoo Tiflis mit dem Ohrtraining und dem Versuch Blut abzunehmen, von dem die Elefanten nicht so begeistert wurden. Da gab es Waren, da gab es ein Video. Und der Elefantenflüsterer Zoo Yerevan Bunker über das Enrichment von Bunker im Zoo Yerevan. Dann My Story, ein Video auf Englisch über meine Arbeit mit Elefanten. Das war mein bisher längstes Video mit 45 Minuten, eigentlich für einen anderen Kanal gemacht, deswegen auf Englisch. Dann, warum ich den Protected Contact priorisiere gegenüber dem Freak Contact. Dann ein Video Sevilia Elefanten, Safari Park Sevilia mit den ehemaligen Zirkus Krone Elefanten. Ein Video über die Elefantenhaltung im Zoo Madrid in Spanien. Und ein Video über den Zoopark Cabarseno in Spanien. Da kommt der zweite Teil erst im nächsten Jahr, 2023. Der zweite Teil ist sehr unerfreulich. Und da habe ich die Videos erstmal ans Elefanten-EEP geschickt, für afrikanische Elefanten. Und die sollen sich das erstmal anschauen, sollen darauf reagieren und sollen vielleicht mal beim Zoo Park Cabarseno dafür sorgen, dass diese negativen Geschichten umgeändert werden, damit das dann wirklich abgestellt ist. Mal sehen, ob es was bringt. Und mein letztes Video, das war ja das Advents- bzw. Weihnachtsvideo, wo ich meine Souvenirs gezeigt habe, die ich gerne meinen Zuschauern beschenken würde. Zwei Leute können da das gewinnen. Und mit Posting dieses Videos jetzt ist da Stopp zu sagen. Jetzt kann man keine Kommentare mehr schreiben. Man kann immer noch Kommentare schreiben. Aber jetzt wähle ich die zwei Gewinner aus. Ja, das waren also meine Videos aus 2022. Und meine Highlight-Videos, da fange ich an mit meinem Top 5. Und mein Top 5 Video, das war, das war das Video der Elefantenflüsterer zur Tiflis gerannt in Mast. Weil dieses Video sehr schön beschreibt, wie es ist, mit einem Elefantenbullen zu tun zu haben, der in Mast ist, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, welche Anforderungen das an das Gehege stellt und wie sich ein Elefantenbulle in dieser Mastperiode wirklich verhält. Das ist natürlich auch immer ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich habe da sehr gute Einblicke geben können. Und Menschen, die das noch gar nicht so wahrgenommen haben oder die immer nur mit Elefantenkühen zu tun hatten oder was auch immer, die können sich jetzt ein viel besseres Bild davon machen, was es bedeutet, mit einem adulten Mastbullen zu tun zu haben. Hier nochmal einige Ausschnitte. Ja, und mein Top Video Nummer 4, mein Highlight Video Nummer 4 aus 2022, das war dann tatsächlich der Safari Park Sevilla in Spanien. Zum einen, weil ich schon seit vielen Jahren vorhatte, dort hinzureisen. Und als dann die Zirkuskrone-Elefanten dorthin kamen, dann erst recht, weil die Zirkuskrone-Elefanten, die kenne ich nun seit mehr als 25 Jahren, kann sie auseinanderhalten, kenne sie wirklich und habe ihr Leben und ihre Haltung in Zirkuskrone immer verfolgt, habe mindestens einmal im Jahr diesen Zirkus und diese Elefanten besucht, allerdings zuletzt 2018. Und jetzt nach fünf Jahren gab es dann ein Wiedersehen 2022 mit den Elefanten des Zirkuskrone, jedenfalls mit den vier noch lebenden und drei davon wurden ja auch wunderschön auf dieser 8,5 Hektar großen Außenanlage gehalten, wenn auch Eischer durch einen Stromzaun von den beiden Asiaten getrennt stand. Aber auch das zu sehen, dass man diese Zirkuskrone-Elefanten, die ich wirklich aus schlechter Haltung kennengelernt habe, jetzt plötzlich einer derart guten Haltung vorfindet, das hat mich doch sehr erfreut. Da sagt man sich, warum nicht zehn Jahre vorher schon, aber es hat mich sehr erfreut. Das war emotional für mich. Deswegen das eines meiner Highlight-Videos 2022. Ja, und mein Highlight-Video 2022 Nummer 3, das ist Zoo Belfast. Das ist das Video im Zoo Belfast, weil dort habe ich nach zwölf Jahren Jetu wieder gesehen. Eine Elefantenkuh aus dem Krefeller Zoo, die 1980 im Jahr meiner Geburt in den Krefeller Zoo kam und die ich mein ganzes Leben lang im Grunde genommen gekannt habe. Auch an ihrem letzten Tag im Krefeller Zoo, bei ihrem Abtransport nach Richtung Belfast, war ich dabei. Und ich habe sie dann das erste Mal eben wieder gesehen, dieses Jahr nach zwölf Jahren. Und deshalb das Video und das Wiedersehen mit Jetu für mich sehr emotional. Deshalb mein Nummer 3 Top-Video in 2022. Jetu, hallo meine Dicke. Ja, was war dann mein Top 2 Video für 2022? Das war tatsächlich der Safari Park Toulouse. Denn dies war zum einen auch eine neue Einrichtung für mich, ein neuer Zoo für mich, den ich nicht vorher kannte. Und zum anderen auch eine emotionale Bindung, denn es war ein Wiedersehen mit Matibi und mit Sabi, die ich natürlich sehr gut aus dem Zoo Osnabrück kannte. Und obendrein nicht nur, dass ich sie nach 10 Jahren das erste Mal wieder sah, sondern ich war auch zusammen dort mit Detlef Niebler, dem langjährigen Elefantenpfleger aus dem Zoo Osnabrück. Und so war es halt doppelt emotional, weil nicht nur ich diese Elefanten nach 10 Jahren wieder sah, sondern eben auch Detlef Niebler. Deswegen mein Besuch zusammen mit Detlef Niebler im Safari Park bei Toulouse im Zoo Afrika Safari und unser Wiedersehen mit Sabi und Matibi. Das ist auf jeden Fall das Top 2 Highlight in 2022 von meinen Videos. Ja, hier wissen wir noch nicht ganz genau, aus welchem Auto jetzt die Rufe kommen. Wir müssen Sie nochmal das ein bisschen genauer einordnen. Hallo Matibi, Sabi. Ja, eindeutig wurden wir also von Sabi und Matibi erkannt. Jetzt die große Frage, was ist bei mir auf Top 1? Mein Top 1 Video für 2022. Und das ist bei mir das Video der Elefantenflüsterer Teheraner Zoo im Iran. Diese mehreren Folgen, wo es um die Integration von Mahasen geht mit Mihiri und Maisa, die wir am Ende abgebrochen und etwas getagt haben, weil Mahasen dann doch ein sehr dominant und sexuell gesteuertes Interesse nur an Mihiri, und sie nicht in Ruhe gelassen hat und dann das Baby da zwischen die Fronten geriet, die Maisa. Aber dies ist trotzdem mein Highlight-Video für 2022. Zum einen der Teheraner Zoo im Iran, als ich 2016 angefangen habe, dort zu arbeiten, war er vielleicht nach dem Giza-Zoo in Kairo in Ägypten, der Zoo mit der schlechtesten Ausgangslage, den es gab. Es gab kein Protected Contact, das Außengehege war nicht ausbruchsicher, es gab keine Target-Wende im Haus und so weiter und so fort. Wir haben das alles verbessert. Wir haben ein weiteres Gehege, ein Erweiterungsgehege gebaut, ein Bullengehege gebaut, wir haben einen neuen Pool gebaut, wir haben Enrichment gebaut, ein Enrichment Tree und so weiter und so fort. Wir haben eine Mauer, um den alten Pool gebaut, um die Sturzgefahr zu minimieren. Und wir haben letztlich sogar einen Zaun um das alte Gehege gebaut, um diesen schlechten Graben nicht mehr haben zu müssen, im alten Originalgehege. Und vor allen Dingen in 2021, am 15. Mai 2021, ist als Ergebnis dieser ganzen Bemühungen Meißer geboren, das Elefantenkalb im Teheraner Zoo im Iran. Und das bezeichne ich bis heute als meinen größten Erfolg bei meiner Arbeit mit Elefanten. Und zu ihrem ersten Geburtstag im Mai 2022, da war ich nicht nur der Ehrengast des Zoos, sondern am Tag nach ihrem Geburtstag, am 16. Mai 2022. Da haben wir dann den Bullen Mahassen das erste Mal mit dazugelassen, vorher schon so stufenweise ein bisschen die Integration eingeleitet. Und dieses ganze Erlebnis mit diesen drei Elefanten, die ich seit mehr als fünf Jahren kenne und die ich wirklich von einem der schlechtesten Haltungsniveaus, das ich kannte, auf ein Niveau gebracht habe, das wirklich sich bei anderen Zoos nicht verstecken muss. Da muss ich sagen, das ist mein größter Erfolg. Und auch 2022 war dies mein Highlight-Video für dieses Jahr 2022. Wenn andere Videos mehr gefallen haben, dann bitte in die Kommentare schreiben, welches Video war das Highlight-Video 2022 für euch. und dann lese ich diese Kommentare auch in jedem Fall. Und jetzt wünsche ich einen schönen Silvesterabend und einen guten Übergang ins Jahr 2023. Also einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020